Als Autofahrer möchte man mit der Polizei am liebsten nichts zu tun haben, wenn, dann kostet es meist Geld, weil wir ja meinen, Verkehrsregeln gelten nur für die anderen. Diese Ordnungshüter werden dagegen immer mit offenen Armen und Ohren empfangen. Sie kommen aus dem Saarland und sind bundesweit unterwegs, denn es ist das einzige Polizeimusikor in Deutschland, das auch als Marching Band auftritt. Es ist seit 86 Jahren das musikalische Bindeglied zwischen den Bürgern und der Polizei. Aus Saarbrücken das Polizeimusikor des Saarlandes unter der Leitung von Thomas Becker. Aus Saarland 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 Vielen Dank. Applaus 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 Rhythmusik ist heute am Tag fast oder soll nie durch. Rhythmusik ist ja das ganze Leben nur noch einzuschwer'n. Rhythmusik erreicht man ja auf dieser Welt bestimmt nie viel mehr. Rhythmusik, da gibt's kein Wuch und Rhythmusik, da gibt's kein Fach. Rhythmusik, bis jeder verschwindet. Rhythmusik, Rhythmusik, Rhythmusik. Wenn du musikalisch bist, dann mach für mich Musik. Wenn du musikalisch bist, dann hast du bei mir Glück. Wenn ich musikalisch ist, der kommt bei mir nicht an. Wenn ich musikalisch ist, der ist für mich kein Mann. Ein bisschen Tra-la-la, ein bisschen Heidi-hei, ein bisschen La-li-la. Wenn du musikalisch bist, dann brauche ich bei dir. Wenn du musikalisch bist, machst du dein Glück bei mir. Rhythmusik, 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 Rhythmusik. Stolzigung, Rhythmusik, 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 Rhythmusik. Die km' mit den Posaunen. Sie sind mit der Wenn du eh, oh, my little drummer, boy. Ein bisschen teiler, ein bisschen heilig, heilig, ein bisschen barilig, das wär was für uns zwei. Wenn du den Rhythmus hast, wär mir so in Poli. Oh, boy, dann wirst du sehen, was passiert. Wenn du musikalisch bist, machst du dein Glück bei mir. Wenn du musikalisch bist, dann bleibe ich bei dir. Du, 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 du Vielen Dank. Musik Musik Unsere Gäste aus Saarbrücken, das Polizeimusiko des Saarlandes unter Thomas Becker. Musik